Bist du denn bereit? Soll ich nun mal mein schwarz-dickes Ding schneiden? Ich lass das gern mit drinne kommen. Mach doch. So. Das hast du mir ja geschimpft. Ja. Ich starte eh. Mach doch. Ja, und dann sind wir wieder zurück hier bei Forrest. Die Carmen hängt gerade da und fällt den ersten Baum. Ja, nur mein Typ kann nicht mehr. Danke ihrer Manneskraft. Komm mal hier in meinen Baum noch bitte, ich muss später noch essen. Bitte schön. Oh. Oh, warte, ich hol dich nicht unten die zwei. So holst du. Nicht unten die zwei, wir wollen die anderen zwei holen. So. Oh, du rennst mit deinem Baum mit meinem Gesicht rum. Sehr gut. Du bekommst. Bitte durch. Kann du durch? Nicht regnen, ich kann nicht mehr wenden. Ich hab ja mal im Video gesehen gehabt, da waren 31 Leute auf dem Forest-Server drauf. Ernsthaft? Krass. Das sah ziemlich lustig aus, wenn andere jetzt durch Leute rumlaufen. Ich guck doch, ich hol den Baumschlag rum, ich hol den mal so ewig. Ja, wo du ihn? Gut. Das muss doch irgendwo anders sein. Ah, hier. Genau auf den meinen Füßen. Echt, das Wasser weg. Stimmt, da bin ich ein bisschen verwirrt jetzt. Guck, das ist ein Reh. Siehst das? Oh, A5. Reh, ich komme. Wehe. Oh, da hängt eine Lorge an dem Baum dran. Ehrlich? Ja. Ich hab mich gewundert, der Baum hat irgendwie einen Texturfehler, aber... Ich muss das essen. Kannst du dann die zweite Folge dir angucken, sobald 2 Minuten noch ist? Ja. Geh, geil. Einfach mal die Tutmega raus. Oh, da ist ein Waschbär. Ist ja alles da, was wir brauchen. Da kommt einer angelaufen. Ja, komm hierher, komm hierher. Ja, hol den Dropen drauf. Hahhhhhhàsàs fleeing rum. Hat aber nicht hierringring gemacht oder so, ne? Dann hat er da nichts Heart прич Could IsWarri gesehen. Hier läuft doch da rum, der Blödie. Komm. Hol dich. Ich hör's doch. Jetzt ja. Oh, ich kann das losstreichen, wenn wir gehen. So, ich bin bereit, ich habe genug Rüstung. Den hole ich mir jetzt. Dein Kopf gehört mir! Er ist schon weg. Ja, sag ich mal. Sein Kopf will ich nicht haben. Hä? Städtchen aber an, ehrlich. Hier liegt noch ein Lorch, hier kam vor mir. Guck. Hier, die ganze Dame. Ich kann ihn ja aufheben. Hast du schon so viele, oder? Ja. So, Uffizi brennt. Die restlichen Holzstämme liegen von unten noch. Ja, wo denn? Hier, da habe ich eben ein Feld, als ich in der Typ kam. Kann ich mittlerweile drei mitnehmen? Schade. Ich sehe ihn nicht. Bei dem Fiji, oder wo? Nee, warte, hier, da, da, da. Hier, vor mir. Jetzt genau vor mir, da. Sieht keiner bei dir? Nein. Gut, okay, dann geht es anscheinend. Kann ich dir eigentlich schon beraten und schon, äh, aufheben, sozusagen. Weißt du, wie ich es mein? Nee, ich glaube, ich kann es nur essen. Eintüsen, eintüten, eintüsen. So, der Fiji brennt. Wir sind euch ja voll sicher jetzt. Da kann ja nichts mehr passieren. Also, was wir eigentlich noch machen müssen, das war jetzt teilweise blöd von mir, dass ich diese Stämme genommen habe, weil, ähm, wir da kein Dach drüber bauen können. Müssen wir mal gucken, ob wir uns von hinten so eine andere Wand machen mit Dach, weil z.B. viel Regen macht das Feuer aus. Und wenn wir jetzt halt im Regen sitzen, frieren wir. Ja, wir können ja auch noch, ähm, dass wir jetzt erstmal machen, dass wir uns das vielleicht in einem Publis auch noch dazu machen. Mal so ein Dachboden oder so. Und, ähm, dann können wir ja immer noch anfangen. Ja, denn es klauft aber richtig, oh. Ja, der fällt genau auf dich. Das ist ein Reh schönerer Schlagen. Ja, wo können Sie das hin? Ganz hinten, äh, da hier hinten ist noch einer gewesen. Irgendwo hier ist noch einer rumgerollt. Da rollt er runter jetzt. Hier, hier vor mir am Füßen. Gut. Das feiert mich. So. 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 Ich mach das mal eben ... So ich gucke dass ich... so irgendwie hierheb. Zack zack, so sehr gut. 선물 fertig. Auch ne. Mein Marken ist voll, weil meine Energie hat's nicht so in sich. Und mein Leben kann das sein, dass mein Leben irgendwie ablackzt. Ich weiß es mir auch mal einfüchst. Das könnten wir vielleicht noch einen kleinen Ding zum Staben bauen. Ähm, B. Das baue ich. interfering für mich. Damit nur sowas Kleines, wo man spaltern kann, weißt du? Ja. Wo willst du das hinbauen? Ne, hinten rein. Wie hab ich jetzt fast gedacht, weil genau da wollte ich jetzt eigentlich einfach so eine Wand hinzumachen. Ach so, dann mach ich es jetzt so hier. Dann mach ich, warte mal. Wenn du überdacht, dann lässt du lieber irgendwo einfach nur mein Haus bauen, oder? Ja, ich will nur gerade so eine kleine Ecke, dass wir nicht so viel Hüfte übertragen. Ähm, wo wir uns... Äh, hier drunter sind... Oh, dann können wir die Pfeiler-Fälle... Ja. Das geht jetzt. Verstehen Sie mich, ja? Hm. Ich hab nicht mehr viel Energie wieder. Obwohl mein Magen wäre dann gut halb leer, da kann ich mir klar was zu essen reinhauen. Da geht's mir jetzt halbemärchen, wenn du wirklich ansprimt, äh... ...zureken würde ich ja einigermaßen... Was denn? Puh, ich bin feinartig... Ach, danke, du lichtes. Ich wollte sagen, du bist eine Eintäure-Einwohner, aber das war nur das... ...ein das EPG, war das geschehen. Ah, hier mach nur mit dem Baum, ich krieg den, der hat zu wenig Energie, dass der weg ist, danach kann ich den mitnehmen und kann uns schneller mal so was noch haben, in die andere Richtung, natürlich. Kannst mal schnell das Zahn zu zwei Holz holen die da weg, weil nicht, dass die irgendwann wechseln. Oh, die ganzen Rehe. Na, die fühlen sich wohl bei uns, nicht wie bei den anderen, die sind hässlich. Wo sind die anderen, die sind nur eins. Und da waren es vielleicht nur drei. Naja. Achso, wo ist das Feuer hier? Füsten. Ich wollte den eigentlich mal einfach mal hinschmeißen, damit ich jetzt gar nicht mehr abholen kann. Da muss man was essen. Hier, ich habe euch sperrn, wie hier ist mein Ding auf. Glaubt schön, du ist Feuer hier, sei laut eben nicht. Ah, ist das schön. Ist das schön hier. Ich würde schon gerne, dass wir vielleicht mal rumlaufen und schauen später, wo wir mal vielleicht einen Baumhaus nennen können. Wo dann jeden Tag lebst oder so, weißt du? Und ich bin wieder VollEnergy. Und du wolltest gleich das ABG an. So. Hier sind da sogar ein paar Steine, die brauchen wir noch. Hier, scheinbar, die Bäume rette ich mal rum und sammle die mal ein. Was, wo, wo, wo bist du denn? Da hinten. Hast du jetzt schon gefehlt? Ja, eigentlich habe ich schon gefehlt. Nein. Ja. Gemeinsam. Und dann wieder her. Woher du siehst schnell weg? Hä? Ich kann da nicht richtig koffeln. Oh. Ist das Ding fertig? Nee. Schilder. Was? Ach, du hast Schildergans gemacht. Ja. Ich speichern aber eben. Habe ich einen Erfolg bekommen dafür. Irgendwas ähnliches. Ich habe es gehört. Ich kann da auch mal speichern gehen. Was hast du gehört? Ich habe es gehört. Es hat gerade, ähm... Da kann ich die Tür schon jetzt aufheben. Jetzt wo sie schön vor Sonnen lag. Ja. Was hast du noch? Ich habe es noch nicht gesehen gehabt. Hm. Das ist durch. Das ist ein bisschen weil. Ich fiche ja einen. Zeig. So. Pam, pa, dan, pam. Pam, pa, dan, pam. Pam. Pam, pa, dan, pam. Pam, pa, dan, pam. Zack. Zack. Oh, fällt schon wieder. Wieder genau fällt. Und genau auf dich zugerollt. So, freut mir andere drauf, ich kann noch nicht achten. Das wird mir noch nicht ganz so gut. Wenn du einen Baum fällst, sieht das bei mir ein bisschen eigenartig dann aus. Ja, wird schon. Wo ist denn los? Cover the blood bin ich. Wash it up to avoid the elections. Gut, das mache ich gleich. Aber ich würde da keine Energie mehr hätten. Ja, ich auch nicht. Jetzt geht's doch los. Fall, du lebendiger Baum. Ah, da kommt später wieder auf dich drauf. Achtung. Nee, die ist auch nicht. Gut. So. Hallo. Hä? Sie kann auch da rein. Ja, hast du da zwei in einen reingebaut, so für dich? Hab ich das? Das ging die ganze Zeit nicht. Ja, da brauchst du halt nur einen rein. Ich krieg gar nicht. Ich krieg gar nicht. Ich krieg gar nicht. Kau den Blatt, muss ich mal kurz abwaschen. Kannst du es wieder löschen? Ja. Das ging die ganze Zeit nicht. Ich hab da mehrfach gedrückt, weil die Wand irgendwie mal nicht dran ging. Sehr beschwert. Also der ist jetzt nicht versorgen. Ja, das wird's auch. Ja. Bist du da hinten mit dem Dach? Ja, das ist jetzt noch nicht so gut. Ja, da bin ich sauber. Ich auch nicht, ich muss kurz warten. Was ist denn hier passiert? Du hast mich geledert. Das ist immer leid. Und hier stehe ich vor dem Boden. Nein. Die wir genau leben, wenn dann noch mal auf der Schienebäume? Die gehen immer noch auf eins gemeinsam gestalten. So. Und weiter geht's. Die Nacht riecht schon herein. Wird wieder ein glases Licht wieder aufhelfen. So, so toll. Das macht meinen Baum nicht mehr kaputt. Der hängt nur noch an einer Ecke, mein scheiß Baum. Ja, was glaubt ihr? Der macht die nicht kaputt. Herzlichen Glückwunsch. Tschau. Hey, Kram, das freut mich zu sehr. Alle Baumrollen hier müssen runter. Scheiße, das läuft schon alles ins Wasser, ey. Schnee, 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 hier rein. Das Ding wird sich fertig bauen. Schnee, ich komm zu dir. Wo wollt ihr es lang? Unter. Eins, eins. Zwei. Zwei. Was stellt denn sich so an, Mensch? Zwei Stücke kann er nur tragen. Oh, du hast es gesehen. Oh, ich? Nee, ich hab nichts gehört. Hier hinten. Gucken sie durch. Gucken sie durch. Habs sie gesehen. Ja, dann bau ich mir schnell hier das EFG an. Ach du Scheiße. Ah, 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 ah. Oh, ha, ha, ha. Ah, ha. Ah, der hat mich verbrannt. Scheiße, sterbe. Ich bin tot. Nee, er fackt jetzt doch. So, was passiert im Multiplayer, wenn ich jetzt... Kannst du mich irgendwie heilen? Weil hier schon irgendwie das Skelett geht nach oben oder so. Guck mal, ich dürfte da irgendwo liegen. Ich weiß nicht, wo du liegst. Geh mal, links, 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 links. Jetzt geradeaus. Ja, da liegst du aber nicht. Da muss ich rumliegen. Guck mal, ob du was machen kannst. Press E to restart now. Kannst du irgendwas drücken? E oder so, da bin ich doch gewesen. Ich lieg doch da oder nicht? Ja, ich kann doch trotzdem nichts drücken. Ach, shit. Oh, bitte. Warte mal. Nee, warte, stopp. Ich lege wieder. Was hast du gemacht? Ehe geprüft. Das hat jetzt irgendwie für ewig gedauert, bis ich das konnte. Ich drück auf unsere 10 Speicher hier mal schnell. So, mach mal das Feuer hier. Kannst du da Körperteilbar aufnehmen? Ähm. Oh ja. Ich kann ja nicht keiner mehr nehmen. Ich brauche mir hier vielleicht noch irgendein normaler Roller von Elchi, ne? Ich muss doch was essen. Oh, hörst du die? Ja, ich stehe genau vor der Tür. Da, er kommt, er kommt rein. Geh da weg, geh da weg, geh da weg. Ich geh vor dir. Ah, die ist verbrannt. Die ist ins Feuer, ja, ich zu du. Ich kann die 10. Oh! Also die ledern sich gerade gegenseitig wieder. Ich glaube ich 10 irgendwann verkaufen kann. Oh, sind einige hier. Das sind hier die 2, die 2. Verschiedene. Die 2. 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 Die 3. Die 5 Utah. Die 4�ang Oh, achso, bist du das gewesen? Ja. Wo sind sie, die Schweine? Das ist dumm, jetzt geht die noch mal raus. Ich hab eigentlich einen größeren Schlager vorgefahren, was gibt's denn noch so? Klar holen, boah, dann Steinen und sowas. Click-to-place kriegst du jetzt so, wie ich das fitte sehen, ist ja krass. Ähm... Click-to-place... Da brauche ich dann Schlafen auf, was ist das hier? Steine. Das war erst mal alles noch nicht... Da drüben muss ich ja noch zu machen. Was machst du eigentlich, oder? Wo bist du denn? Achso, du hängst dann auch so gut. Nein, man kann hier hinten noch durchgucken, was wollte ich da... Achso, bei mir siehst du gar nicht, wie du nur in den Stein reinrutscht, oder? Ja, das ist richtig schön. Guck, dass die Features noch brennen. Waschbären, kommt alle schnell zu uns. Ach, den glauben sie. Guck mal, den hier noch Körperteilen für dich? Ja, da kann ich nicht mehr aufheben, ich bin ratzenvoll bin ich. Total voll. Ich hab auch, also wenn ich mir mein Inventar anguck, ich hab sogar richtige Knochen einfach nicht, sowas ja krass. Oh, ich hab ne andere Axt. Modern Axt und ne Plane Axt. Da kann ich noch mehr von mir ausrüsten. Ach, du meine Güte, wie sich alle gegenseitig gedrückt haben. Wir können jetzt so viel hinbauen, und jetzt ist der da aber. Ich find's ein bisschen schade, dass du zum Beispiel das Feuer nicht öffnen kannst, indem man auf F drückt für Fire oder irgendwie sowas, ne? Mhm. Das fehlt mir so. Ja, siehst du gleich hier? Ach, kannst du unten wie ich so leuchten. Ja. Hier rohren ja alles. Hier, hey, jetzt hängt's gleich an. Ich will da was Neues mitnehmen hier. Oh ne Kopf, ne Beine, Beine hab ich schon alles. Geht hinten rum. Ich möchte den Stein haben. Oh, liegt noch. Blizzard! Stein. 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 Oh, ich bin ein Blizzard. Ich bin ein Po. EINAAHH! Ah, ich bin doch close, o sustainable? Als Ganzen Илohm! Töner! Ja, ich bin sehr sewts, äh. So jetzt, wo war denn, sieht das richtig toll aus. Brennt das hier vorne noch? Ja, brennen eigentlich schon alle. Bei mir brennen euch zum Beispiel zwei nicht mehr. Jetzt regnet es, jetzt sehe ich es regnen. Boah, wie gesagt. Schnell rein hier. Ah, schüttelte zu Hause, ne? Wir könnten zügig machen, dass einer fällt und der andere passt auf der Weile. Warum mag ich hier noch Feuerzeug ausrüsten? Ich glaube, werde ich auch irgendwann mehr, was ist? Low Energy, ich muss erstmal mit Lizard, Lizard auf der Pfanne halten. Wie der Waschbär gerade durch mein... Hast du hier was draufgestimmelt schon? Ne, ich will was haben. Ist gerade der Waschbär durch mit dem Inventar gelaufen. So, was war denn noch dazu? Hier. Das nehmen wir so ein bisschen an. Dann haue ich mir den Lizard rein und dann ist auch schon die Folge zu Ende für euch. Schon wieder? Und ob wir die Nacht überstehen werden... Ist das sicher? Wann die Blut nicht rum? Das geht doch nicht. Ob wir die Nacht überstehen werden oder nicht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ja was? Untertitelung des ZDF, 2020